Und Leute, so, let's play, Zero Zero, ups, ja, also, danke, mein Team pusht mich gerade schön, danke, Leute, danke, ich werde hier von meinem Team gepusht, damit, ja, danke an Death, Death, Angel, Freya, danke an Batman und an Fousey und an Krawall, ich bin zwar nicht viel, aber danke, dass ihr im Falle angreift, so, dass ich gepusht werde, Batman will eh Ehre verlieren, von daher, also, wir sind beim Wochenternier, Level 82 und haben noch 254, ich hab den Schocken heute Nacht verpasst, Mist, dann Ehre sind wir Platz 10 und ich hoffe, es bleibt so, Nein, wird das nicht, glaube ich, ich hoffe, es bleibt so, ich bin Ehre, ich dachte schon, wir sind Platz 1, sondern nicht mehr in die Kämpfe, wenn wir beides gewinnen, sollten wir Platz 1 werden, wenn die nicht vor uns noch Kämpfe machen, so, ja, auf jeden Fall, als ob das die beste Quest ist, ihr wollt mich doch, wir haben noch 15 Euro geladen, noch nicht auf, kann ich übel schauen, ne, die Scheiße will eh mal nicht blockieren und aufheben, so, App-Blocker, okay, App-Blocker riecht manchmal aus, muss ich nicht sagen, sagen, Alter, mich friert jetzt hier, meine Heizung ist auf 5 und draußen Schneidzeit, ja, wenn ich diese See kriege ich Gänsehaut vor, ich hasse Schnee, Schnee gestern, Alter, ja, jetzt ist kein Video mit der Arbeit, aber wir haben neuen Begleiter, kann ich euch mal zeigen, was die Fähigkeiten hat, ich zuerst, bestätigkeit ever, vor allem, wenn man später nach 5, richtig, wenn man richtig knappe geht, ich weiß nicht, ob das bei Spezialen auch so ist, bei einer Flister, erhöht dein Grundgriff um 10%, und du hast eine 30%ige Chance, dass du, kritische Treffer, 50% mehr Schaden verursachen kannst, nur einmal Krampf aufbringen, aber, ja, das passt schon, bei einem anderen, der war eigentlich ganz okay, aber, hier, so nicht, also kann nur einmal pro Kampf eintreten, 15% Zusatzschlag, erhalten, aber das ist jetzt nicht so, dann, kritische Trefferschoss, das Gegner wird so um 5% verringert, das ist naja, ist schon gut, aber naja, und hier, gut gepolstert, gut gepolstert, du hast eine 10%ige Chance, zum Schaden ist gegen das, und kann mehrmals pro Kampf, aber ich finde 10%ige Chance, bei 5 Angriffen, bringt einfach nichts, meine Antwort war halt gut, du hast 20%ige Chance, dann, so wie, wie du mir, so ich dir, du kannst eine 15%ige Chance, ja egal, ihr seht es hier, ich weiß es nicht, ich wollte den mal leveln, weil das kommt mir ziemlich besser vor, der hat auch viel bessere Attribute, das müsst ihr ja mal vergleichen, als viel bessere Attribute, ja, ich bin jetzt, in den Top 10, ja, nö, das brauchen wir nicht, ne, das brauchen wir auch, also, können wir einen Sonderabsatz, Sonderabsatz, ne, wir können leider keinen Sonderabsatz, auch, ich kann skillen, was du, ich bin interessiert, wenn ich jetzt nicht will, ich sag mal, nimm sie, und dann schauen wir weiter, also, auf jeden Fall, wir sind, boah, wir kommen auch nicht so schnell runter wieder, 400, ich hab, so, wo ist denn Tüte, 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 ich will eh verhalten, ok, da hab ich mehr als Tüte, er hat meinen Check-and-Widget-Account bekommen, ich soll Tüte, herzlichen Video grüßen, genauso wie, ups, bei, da, genauso wie Beat, x, nein, Beat, Z, großes Z, xp, beatsp, Beat-Farbe, ja, auf jeden Fall, und, wir werden heute das Level 100 auch erreichen, so wie es aussieht, wenn nicht, schlage ich mich selber, und, wir können sie angreifen, 163 Ehre, hab, so, auf jeden Fall, auf jeden Fall, haben wir jetzt, dein Hell, 14210 Ehre, das ist doch mal nicht schlimm, 50% Arbeitsbucht hole ich mir nie, weil ich nie arbeiten gehe, und, ich bin schon, schauen wir gleich, wie kann ich das Spiel, so, da, erledigt, ne, nicht erledigt, eingeschaltet, eingeschaltete, ja, 23 Tage spiele ich das schon, ja, und, auf jeden Fall, von den Rentern an die Tage, bin ich Level 97, ich weiß nicht, ob das, ob es gut ist, am Anfang habe ich, bis Level 70, ohne 50 Zeitpunkt gespielt, und so, ja, auf jeden Fall, was machen wir dann sofort, du weißt, Fans zufriedenstellen könnten wir jetzt, machen wir nichts, wie das ja passt, bringt kein nix viel, hier mache ich auch nicht mehr erst, und, wort in die Gassen, bringt mir keine x viel, und, bringt mir noch scheiß, 300 Sekunden, und, bringt mir gar nichts mehr, und, nein, nein, x viel, oh, achten decken wir frei, könnte aber zu Ende führen, und, da läuft schon der nächste Kampfen, und, oh, hat doch Essen gewonnen, Big Grumble, könnten wir auch machen, ich muss ja eh noch diese Pizzas essen, die zwischen dem Sofa hängen, zitiere, so, so, die sind kompakt die sind komplett geteilt, sieben Minuten, jen. Ja, also, ganz nochmal herzlichen Glückwunsch, vor zwei oder drei Tagen haben ja, wie heißt das, Wessler und Krawall Ich dachte wenn ich mein team Aber der ist einfach nur so weit nach oben gestiegen Ja ok Der King Junior Levelt richtig langsam Heißt ja auch Slack Ich liebe Transformers Und deswegen heißt auch mein Begleiter Slack Oh nein Leute Aktualisieren Aktualisieren Nein das heißt anders was mach ich denn da Beißen Sie Ihren Ohren Beißen Sie Ohren An Sie Beißen Sie Ihren Arm Ohne Schlage Also Beißen Sie Ihren Ab Und So Abwerben So Also Ich mach noch ein paar Misses Sagen noch ein bisschen was Dann geht ihr auf den anderen schauen 10 Minuten Ja passt eigentlich Ja So heißt so gut Ähm Ah ein Tipp für alle die hoch im Wochen Turnier steigen wollen Uplevel Ab Wenn ihr so durchschnittlich 13.000 Ehre habt 14.000 könntet ihr das machen Also versucht so weit wie möglich abzusteigen Das heißt von 13.000 Ehre Am besten wenn es klappt so auf 6000 Ehre Im Wochenturnier Steigt ihr versuchten wieder hoch zu steigen Das heißt Ihr kriegt 7.000 Ehre dazu Und mit 7.000 Ehre Kommt hier Sehr weit Weil Schau mal gleich wie viel Was ist für eine Belohnung hier Ich glaub 25 Donuts Oder 20 kann nicht sein Für Platz 1 bis 10 Ich hab schon abgestiegen Macht mir doch riesige Angst Und 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 4 bis 10 Gibt 20 Donuts Ja Und hier bei der Erfahrung noch was Habe ich gestern nur zum Teil gemacht Weil ich keine Zeit mehr hatte Spart eure XP Bis Sonntag nach dem Turnier Also Kann man auch andere Missionen kaufen Beispiel in der Schweiz Ja Spart eure Mission Komm machen wir mal Ja Jetzt Spart eure Mission Und Damit ihr Am Sonntag noch Am Ende des Wochen Innerhalb von den 3 Stunden Energie machen könnt Für Donutspender Wird's Einfach sein Für Nicht-Donutspender Spart vielleicht nur 100 150 Energie Das reicht schon vollkommen aus Wenn ihr bis 00 schafft Dann schafft ihr das eigentlich Also Falls was schief läuft Weil ihr das vergisst Nicht meine Schuld Ich hab euch die Warn Dass es schief laufen kann Nein Für Donutspender ist es sehr einfach Aber für andere ist es halt Bisschen kompliziert Bisschen schwer Deswegen Wie gesagt Spart euer Teil Und ja Was hab ich noch Haben wir Nachrichten Nachrichten Ja Hacker Ja Vermerkungen Da hatten wir Anscheinend Ein Hacker Ein Hacker Weil zum Team Ja Kilo 22 Das war der Entweder wurde Sonst Fast seine Daten Geben Oder er war selber Dieser Eis dort Haben wir ihn alle gemeldet Und ja Dann hab ich noch Tau Einer der besten Spieler auf dem Server Nachfahrtipps Tipps Gibt's keine Auf jeden Fall Ja Tau Ein sehr freundlicher Nein aber Okay Die haben nicht viel Zeit Die leveln Und die wollen einfach Tipps vollständig für sich behalten Damit die höher kommen Und damit Ja Auf jeden Fall Außer sonntags die Energie sparen bis nach Mit mir Und Heldensinn nutzen Ganz guter Tipp Auch von mir Löst euren scheiß Heldensinn Ich meine Ah ich hab meiner mehr abgelaufen Nein auf jeden Fall Lotzt ihn Nur Unter einer Bedingung Wenn ihr Donuts habt Ein paar Donuts Also Der 50% Missionsbuster Muss einfach sein Muss sein Den kriegt man Jede Woche So locker rein Wenn man Die Donuts spart Die man von den Kämpfen Auch Ab und zu Von Teil bekommt Die man Von den Quests Bekommt Die man sich verdienen kann Wie man sich Verdienen kann Wollte ich dir zeigen Anscheinend wills nicht Ach ne Wie man kann man sich verdienen Durch Umfragen Und den ganz Irgendwo registrieren Und durch Autokarten bestellen Dann kriegt man 15-20 Donuts Autokarten bestellen Name Baum Vorname Baum Straße Baum Straße 12 50667 Köln Was weiß ich Gibt die größten Kacke Auf jeden Fall Eine Kacke Da hab ich mir ne Fake E-Mail erstellt Verschied Bausparfuchs Und da Macht einfach die größte Kacke draus Macht was ihr wollt Hauptsache ihr kriegt die Donuts Und wir greifen noch kurz Frizi an Frizi Zwei Minuten Ich grüße Ich grüße Ich grüße euch auf YouTube Ihr seid im Fernsehen Auf jeden Fall Es wissen nicht viele Dass ich Respekt habe Ich mache das ja noch lange Also Das haben wir jetzt Und Damit Damit sage ich auch damit sage ich noch tschüss für heute hoffe wir sehen uns bald wieder und ja bis zum nächsten mal wenn ich noch level 100 sein sollte mache ich kurz davor noch ein video um es euch zu zeigen um vielleicht noch ein paar spezialmüssen zu reisen verabschiedet mich damit herzlich von euch allen und tschüss und bis zum nächsten mal